Herzlich willkommen an der ISM Stuttgart. Ich bin die Neha und zeige dir heute die wichtigste Location am Campus Stuttgart. Fangen wir doch mal mit dem Studiensekretariat an. Solltest du Fragen zu deinem Studium haben, kannst du dich gerne jede Zeit bei den Kollegen im Büro melden. Das Career Center steht dir gerne bei allen Fragen bezüglich Bewerbungen und deinem zukünftigen Job zur Verfügung. Du bekommst Unterstützung bei der Praktikumswahl, Hilfe beim Berufseinstieg und eine Vorstellung der Partnerunternehmen. Hier gibt es viele helle und moderne Seminarräume. Hier finden Vorlesungen in relativ kleinen Gruppen statt, denn an der ISM legt man viel Wert auf eine individuelle Betreuung. Beim International Office bekommst du alle Informationen zu deinem Auslandssemester. An der ISM gibt es über 190 Partneruniversitäten auf der ganzen Welt, aus denen du wählen kannst. Außerdem bekommst du dort wertvolle Tipps zur Wohnungssuche im Ausland. Ich sitze im gemütlichen Teil der Hochschule. Das hier ist der Launch-Bereich. Hier kannst du gerne deine Pausen verbringen und dich mit anderen Studierenden austauschen. Gleich daneben ist die Küche. Dort kannst du dir einen Kaffee holen und das Essen warm machen. Wie du hier sehen kannst, bin ich hier in der Bibliothek. Hier findest du die wichtigste Lektüre zu deiner Hausarbeiten. Natürlich auch für deine Bachelorarbeit und Masterarbeit. So, das war es hier auch schon mit der Führung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Solltest du weitere Informationen benötigen, kannst du gerne unsere Website besuchen.